Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Willkommen zum neuen Video. Heute erkläre ich euch die Linieangleichungen in zwei Variablen. Betrachten wir zunächst einmal die Definition von so einer Linieangleichung. Wie der Name schon sagt, kommen zwei Variablen vor. Das heißt, eine Gleichung der Form a mal x plus b mal y ist gleich c mit a, b und c aus den realen Zahlen. Und a und b ungleich 0 wird lineare Gleichung in zwei Variablen genannt. Warum muss a und b ungleich 0 sein? Naja, wenn a bzw. b 0 wäre, dann würde ja zum Beispiel bei b gleich 0 dieser Teil wegfallen und das darf ja nicht passieren, weil dann hätten wir wieder nur eine lineare Gleichung in einer Variablen. Ja, schauen wir uns das Ganze jetzt weiter an. Kommen wir zum Lösungsfall. Bisher habt ihr immer als Lösung, zum Beispiel für die Gleichung 3x ist gleich 6, wenn wir das dann durch 3 rechnen, haben wir als Lösung dann x ist gleich 2 herausbekommen. Das heißt, die Lösungsmenge war bisher immer eine einzelne Zahl. Bei einer linearen Gleichung in zwei Variablen besteht die Lösungsmenge aber aus einem Zahlenpaar. Das heißt, aus einem x-Wert und einem y-Wert, das diese Gleichung erfüllt. Betrachten wir nun dieses Beispiel x-3y ist gleich 9. Zur Wiederholung, wir brauchen eine wahre Aussage, um eine Lösung zu erhalten. Das heißt, wir müssen Werte für x und y finden, sodass der linke Teil gleich groß ist wie der rechte Teil. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Wenn man recht geschickt ist, kann man das auch durch Ausprobieren, beziehungsweise durch ein gutes Auge machen, indem zum Beispiel einer sieht, wenn man x ist gleich 12 wählt und y ist gleich 1 wählt, dann wird man sehen, dass da eine wahre Aussage herauskommt. Und kontrollieren wir das, für x12 einsetzen, für y1, dann haben wir 12 minus 3 mal 1 ist gleich 9. Und 12 minus 3 ist ja auch 9. 9 ist gleich 9. Das ist eine wahre Aussage. Somit wäre eine Lösung gleich 12 und 1. Das heißt, zuerst immer das x anschreiben, dann das y. Wenn man sich da aber etwas schwieriger tut, könnte man auch hergehen und x minus 3y ist gleich 9 auf eine Variable umformen. Das heißt zum Beispiel auf x. Wir bringen die 3y nach rechts und erhalten x ist gleich 3y plus 9 und geben jetzt einmal zum Beispiel den y-Wert gleich minus 2 vor und schauen dann, welcher x-Wert herauskommt. Das heißt, x ist gleich 3 mal minus 2 plus 9 und dann haben wir ja minus 6 plus 9 ist gleich plus 3 und haben für x ist gleich 3 und y ist gleich minus 2 und haben die nächste Lösung 3 und minus 2. Und um eine dritte Lösung zu erhalten, nehmen wir zum Beispiel für y ist gleich 10 und erhalten dann x ist gleich 3 mal 10 plus 9 und das ist ja 30 plus 9, also 39 und haben jetzt unsere dritte Lösung mit 39 und 10 erhalten. Es gibt jetzt noch verschiedene Darstellungsformen. Eine lineare Gleichung in zwei Variablen kann in zwei Formen angegeben werden, nämlich in der allgemeinen Form oder in der Hauptform. Bisher haben wir die allgemeine Form gesehen. Das war ja zum Beispiel 6x plus 2y ist gleich 13. Das heißt, die Variablen x und y links, die Zahl rechts. Jetzt könnte man das Ganze aber auch auf y umformen und dann würde man die Hauptform erhalten. Wenn man es mit a mal x plus b y ist gleich c wirklich umformt, auf y würde man erhalten, y ist minus a durch b mal x plus c durch b. Das kann man auch durchs Umformen dann kontrollieren. Beziehungsweise bei der Hauptform spricht man dann auch von y ist k mal x plus d. Das heißt, das k ist dann praktisch minus a durch b und das d ist dann c durch b. Und gerade diese Form ist ja nichts anderes als die lineare Funktion beziehungsweise die Funktionsgleichung bei der linearen Funktion. Und das wird dann dort auch noch öfters vorkommen. Ja, versuchen wir das Ganze jetzt in die Hauptform umzuformen. Beziehungsweise ist das überhaupt möglich? Beispiel 1, das heißt, wie formen wir das Ganze in die Hauptform um? Indem wir das Ganze auf y ist gleich bringen. 6x plus 3y ist gleich 18, die 6x nach links bringen. Dann haben wir 3y ist gleich minus 6x plus 18 und schließlich durch 3 dividieren. y ist gleich minus 2x plus 6 und ist möglich. Beim zweiten Beispiel ist es nicht möglich, weil wir kein y haben. somit ist es nicht möglich. Beim dritten Beispiel ist es möglich, indem wir durch 0,1 dividieren und dann erhalten wir y ist gleich 90. Das ist eine Spezialform dieser Hauptform und das ist grundsätzlich auch möglich, wie wir dann nachher auch bei den linearen Funktionen sehen werden. Versuchen wir das Ganze jetzt von der Hauptform noch in die allgemeine Form umzuformen. Das heißt, was müssen wir machen? Wir bringen die Variable nach links und die Zahl nach rechts. Um uns das Ganze eventuell zu vereinfachen, könnten wir jetzt einmal, um diesen Nenner wegzubekommen, mit diesem Nenner einmultiplizieren. Dann haben wir 3y ist gleich minus x plus 12 und dann bringen wir noch das x mit plus x nach rechts und wir erhalten x plus 3y ist gleich 12 und haben jetzt die Hauptform in die allgemeine Form umgewandelt. Im nächsten Video beginnen wir dann mit den linearen Gleichungssystemen in zwei Variablen. Bis dann!